Heute gibt es eine Abstimmung. Dazu brauche ich eure Stimme. Es wird zwischen zwei Intos abgestimmt. Ich bin der neue Sprachassistent von Santi. Ich lässt euch alle sehr lieb grüßen. Er ist gerade in einem Stimmbuch und deswegen übernehme ich heute für meinen Freund Santi das Sprechen. Ich hoffe es geht klar für euch. Ihr entscheidet welches ihr besser findet und ich hoffe ihr macht auch alle fleißig mit. Das Into mit den meisten Stimmen werde ich dann für die zukünftige Gamesvideos nehmen. Asno stimmt ab. Welches Into soll ich nehmen? Into 1, das wir zur Zeit haben oder Into 2, das ist das neue Into. Dieses Into wurde von Kuzinko erstellt. Danke an dich an dieser Stelle. Die Kanale sind hier in der Infobox. Also schreibt es in die Kommentare. Hashtag 1 für Into 1, Hashtag 2 für Into 2. Also schreibt es in die Kommentare. Hashtag 1 für Into 1, Hashtag 2 für Into 2. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Willkommen in der Infobox. Einsالberraden für zufrieden projekte. Bis zum nächsten Mal.